In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du deinen Online-Kurs komplett ohne Reichweite verkaufen kannst. Und ich werde dir auch zeigen, wie ich das genau gemacht habe und wie ich dadurch im ersten Monat knapp 14.000 Euro Umsatz gemacht habe. Also, lass uns anfangen. Es gibt viele gute Coaches und Experten und vielleicht einfach Menschen, die ihre Botschaft mit anderen Menschen teilen wollen, die einfach keine Lust haben, ständig auf Social Media präsent zu sein. Und ganz ehrlich, ich kann das verstehen. Denn nicht jeder hat Lust, andauernd irgendwelche kostenlose Inhalte auf Social Media zu teilen und sich dort eben sehr sichtbar zu machen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es gut ist, wenn du eine gewisse organische Reichweite auf Social Media hast, weil das einfach wie eine Art digitale Visitenkarte ist. Ich meine, überleg mal selbst, wenn dich ein Thema interessiert oder vielleicht ein gewisser Experte, dann wirst du vermutlich auch auf Instagram schauen, wie sieht sein Profil aus, wie präsentiert er sich, okay? Aber nichtsdestotrotz kannst du auch tatsächlich ohne Social Media Reichweite deinen Online-Kurs verkaufen und damit sehr profitabel sein. Und lass mich dir genau erklären, wie das funktioniert. Und nur zum Hintergrund, ich habe das mittlerweile mit zwei verschiedenen Kursen gemacht. Also, was brauchst du dazu? Du brauchst natürlich einen Online-Kurs. Und im besten Fall hast du eben einen Online-Kurs, der ein konkretes Problem löst oder eben auch Menschen dabei hilft, ihr Nummer 1 Ziel zu erreichen. Dann brauchst du ein Webinar. Im besten Fall natürlich ein hochkonvertierendes Webinar. Und drittens, du brauchst eine Sales-Page und eben auch eine E-Mail-Sequenz, damit du nach deinem Webinar noch einen automatisierten Launch machen kannst. Und wenn du diese Dinge hast, dann schaltest du natürlich bezahlte Werbeanzeigen, also Ads. Und die Sache ist die, du kannst komplett ohne Reichweite mit Ads auf deinen Online-Kurs sofort profitabel sein. Lass mich dir kurz erklären, wie ich das mit einem meiner Kurse gemacht habe und dir auch die genauen Zahlen zeigen. So, und zur Hintergrundinfo. Ich habe mit automatisierten Online-Kursen mittlerweile über eine Million Euro verdient. Dafür habe ich von meinem Zahlungsanbieter Digistore24 diesen schicken, vielleicht auch ein bisschen klobigen Award hier bekommen. Und das sage ich dir nicht, um damit anzugeben, sondern nur um dir zu zeigen, hey, die Zahlen, die ich dir jetzt sage, die Zahlen, die sind echt, denen kannst du trauen. Also, ich habe 2020 einen Online-Kurs kreiert namens Selbstdisziplin Masterclass. Dieser Kurs ist damals mit meiner organischen Reichweite total gefloppt, weil der Kurs einfach nicht wirklich konkret ist. Er ist nicht problembezogen, weil ich meine, Selbstdisziplin, was ist das? Auf jeden Fall, der Kurs kam überhaupt nicht gut an. Zwei Jahre später, Anfang 2022, habe ich mir gedacht, Moment mal, dieser Kurs ist eigentlich vom Inhalt wirklich sehr geil. Er ist sehr gut gemacht. Also habe ich mir mal überlegt und vor allem auch eine Marktrecherche gemacht, und habe mir gedacht, welche Probleme haben denn Menschen, wenn sie keine Disziplin haben? Und dann bin ich eben auf das Thema Prokrastination gestoßen und dachte mir, okay, das könnte was sein. Habe den Kurs sozusagen neu verpackt. Ich habe mir einen neuen Namen gegeben, nämlich Schluss mit Prokrastination und habe dann ein Webinar gebaut. So, und dann habe ich einfach mal Werbeanzeigen geschaltet. Und zwar, die erste Ad haben wir an einem Samstag gemacht, 5. Februar. Die zweite Ad am Sonntag, also der zweite Tag dann, Sonntag, der 6. Februar. Und das Ad-Budget pro Tag waren knapp 35 bis 40 Euro. Und gleich am Samstag haben wir den ersten Sale gemacht und am Sonntag gleich den zweiten. Und hier siehst du mein, übrigens mein Digistore-Dashboard. Du siehst ganz oben links meinen Benutzernamen. Du siehst dann rot markiertes Datum, 5. und 6. Februar 2022. Und du siehst eben unten zwei verkaufte Kurse. Der Kurs heißt Schluss mit Prokrastination. Der Kurs kostet 197 Euro. In den nächsten Tagen habe ich natürlich sukzessive das Budget erhöht, weil ich habe gesehen, okay, das scheint ja zu funktionieren. Und ich habe dann auch den Tracking Key Ads hinzugefügt. Bei Digistore kannst du einen Tracking Key hinzufügen. Das heißt, du kannst dann einfach nachverfolgen, woher die Sales kommen. Und logischerweise Ads steht für bezahlte Werbeanzeigen für Ads. So, und vom 5. bis 28. Februar, also die ersten drei Wochen im Februar, habe ich dann mit diesem Kurs alleine über Werbeanzeigen 14.000 Euro Umsatz gemacht. Du siehst hier wieder das Digistore-Dashboard. So, und dann im nächsten Monat vom 1. bis 30. März waren es dann knapp 31.500 Euro Umsatz. Und zur Erinnerung, genau in diesem Zeitraum ist leider damals der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Und klar, das hat natürlich irgendwie den Ads einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Und klar, dieses Geld in diesen beiden Monaten ist natürlich kein Reingewinn. Das ist Umsatz. Und da musst du noch die Ad-Kosten abziehen. Aber ich kann dir versprechen, da ist dann doch relativ viel übrig geblieben. Und ja, ich hatte natürlich schon Reichweite im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aber nicht zu dem Thema Prokrastination. Und das, was ich mit dem Kurs hier verdient habe, was ich dir gerade gezeigt habe, das war komplett über Werbeanzeigen. Und meines Erachtens wäre es auch mehr oder weniger genauso gut geworden, hätte ich gar keine Reichweite gehabt. Und damit du mal verstehst, welche Power-Ads haben, folgendes. Bis September 2022 habe ich nur Online-Kurse im Bereich Persönlichkeitsentwicklung verkauft. Seit September 2022 biete ich eben auch Online-Kurse an im Bereich Online-Business. Und seitdem mache ich mit diesen Kursen zwischen 20.000 und 50.000 Euro im Monat. Und du musst verstehen, ich hatte keine Reichweite zu dem Thema Online-Business. Das war eine für mich komplett neue Nische. Klar, ich habe sehr viel Erfahrung, wenn es um das Thema Online-Business geht, aber ich habe so gesehen dort bei Null angefangen. Und trotzdem seitdem jeden Monat zwischen 20.000 und 50.000 Euro. Warum? Weil ich eben Ads schalte auf meine Online-Kurse und weiß, wie die Ads funktionieren. Und klar, ich habe auch jetzt diesen YouTube-Kanal. Der wächst, ist zwar noch relativ klein, aber er wächst mehr und mehr. Ich habe meinen Instagram-Account, dort poste ich eben auch Sachen. Denn wie ich vorher erklärt habe, ich finde es wichtig, dass man trotzdem organische Inhalte teilt. Aber ich mache 70 bis 80 Prozent von meinem Umsatz über bezahlte Werbeanzeigen. Und weißt du, was ein sehr cooler Nebeneffekt ist? Wenn du Ads schaltest, du wächst auch sozusagen organisch. Das heißt, du bekommst mehr Reichweite. Zum Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, habe ich auf Instagram knapp 5000 Follower. Und diesen Account habe ich ziemlich genau vor einem Jahr gestartet. Und von diesen 5000 Followern würde ich jetzt mal schätzen, dass knapp die Hälfte über Ads kamen. Das heißt, die Leute haben einfach meine Werbeanzeigen gesehen und haben dann gesagt, hey, Profil finde ich irgendwie cool. Ich folge dem mal. Und das ist wirklich ein toller Nebeneffekt. Denn solange du ein bisschen organische Inhalte hast, ob jetzt auf YouTube oder auf Instagram, Wenn du auf diesen Plattformen Werbeanzeigen schaltest, dann baust du dir auch dadurch eine Reichweite auf, weil dir eben Leute folgen oder eben deinen Kanal abonnieren. Was ist aber extrem wichtig, damit dieses System auch für dich funktioniert? Erstens, du brauchst wirklich einen konkreten Online-Kurs, im besten Fall für eine konkrete Zielgruppe. Die meisten Online-Kurse verkaufen sich nicht gut, weil sie einfach nicht wirklich konkret sind. Zweitens, du brauchst ein hochkonvertierendes Webinar. Das Ganze hängt nämlich sehr stark davon ab, wie gut dein Webinar konvertiert. Und drittens, ganz klar, du musst halt einfach wissen und verstehen, wie man gute Ads schaltet. So, und genau zu diesen drei Punkten habe ich ein kostenloses Training erstellt. Du findest den Link unter diesem Video. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann schau dir das Training unbedingt an, denn ich gehe da wirklich ins Detail. Ich gebe sehr viel Mehrwert und ich zeige dir auch wirklich genaue Zahlen. Also, wie schon gesagt, Link ist unter dem Video und ich wünsche dir viel Spaß beim Training. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.